Die reaktionären Diebe und Plünderer in Haft Am Samstag, den 26. April 1919 nachmittags, wurden in dem hochvornehmen Hotel Vierjahreszeiten eine gemeingefährliche Bande von Verbrechern und Verbrecherinnen durch die Organe der Räteregierung abgefasst und in Haft genommen. Es waren durchwegs Damen und Herren der sogenannten guten Gesellschaft. Ein Oberleutnant und eine Gräfin war auch dabei. Diese Leute haben militärische Stempel nachgemacht und gefälscht und zu Diebstählen und Plünderungen größten Stils benutzt, indem sie Beschlagnahmungen durchführten. Sie haben riesige Mengen von Waren aller Art beschlagnahmt und auf dem Lande bei den Bauern räuberisch Vieh requiriert. Diese Verbrecher sind Erzreaktionäre, Agenten und Zutreiber für die Weißen Garten, Hetzer gegen die Räterepublik, die den Schieberunwesen rücksichtslos zu Leibe geht und den Schiebern und Kriegsgewinnlern deshalb aufs Blut verhasst ist. Natürlich haben sie die Räterepublik als Anstifter und Verüber dieser Plünderungen ausgeschrien und damit Glauben gefunden, weil ja die Ausgeplünderten nicht wissen konnten, dass sie von den Verbrechern mit Hilfe gefälschter Stempel vergewaltigt wurden. Der Name Egelhofer wurde durch Fälschung seines Faximiles missbraucht, die wohl berechnende Absicht war, sich falsche Ausweise zu verschaffen, um im Namen Egelhofers und der Regierung Verbrechen zu begehen und dadurch zugleich sich selbst zu bereichern und die Räteregierung verächtlich und verhasst zu machen. Das Faximile, der Stempel mit dem Namen Egelhofer, ist ungültig. Gültig allein ist die eigenhändige mit Tinte geschriebene Unterschrift. Damit ist der verbrecherische und hochverräterische Plan durchkreuzt und abgewehrt. München, den 27. April 1919, R. Egelhofer Es hieß nun noch, die gefangenen Thule-Leute an den Ort zu bringen, wo sie für die Mörder erreichbar waren, in das Luitpold-Gymnasium. Das war der einzige Ort, wo die geplante Tat ausgeführt werden konnte. Seidel, der dort das Kommando führte, holte die Gefangenen im Polizeipräsidium ab und verbrachte sie nach dem Gymnasium. Der Transport erfolgte zu Fuß. Daumenlang versuchte zu fliehen, wurde aber eingeholt und blutig geschlagen. Die Thule-Leute wurden mit anderen dort gefangen gehaltenen Leuten nachts in einen Keller gesperrt, am Tage mussten sie Kartoffeln schälen. Die Gräfin Westhab wurde gezwungen, Stuben zu reinigen und musste in einem Verschlage der Wachstube schlafen. Am 28. April 1919 zog sich der Ring um München enger und enger. Am 29. war bereits Starnberg nach kurzem Kampfe genommen worden. Fürstenfeldbruck war in den Händen der Regierungstruppen. Es war Zeit, an die Ausführung der Tat zu gehen. Axel Roth floh an diesem Tage mit Hilfe des Polizeipräsidenten Mayer-Günther, aber am Abend vorher fand im Luitpold-Gymnasium noch eine Zusammenkunft der drei Juden statt, der eine nächtliche Opferschau folgte. Man stieg in den Keller hinab und besah sich dort bei Kerzenlicht die Thule-Leute. Zu ihnen war, noch Prinz Thorn und Taxis gekommen, den Seidel im Parkhotel festgenommen hatte. Am 29. April war bei einem Erkundigungsritt der Baron Teuchert vom Regensburger Freikorps gefangen genommen worden und da sein Name in den Listen der Thule-Gesellschaft stand, wurde er von der Stadtkommandantur nach dem Luitpold-Gymnasium gebracht. Man hielt dort nun sieben Mitglieder der Thule fest. Es galt noch die Bestie zu wecken und dazu benutzte man die zwei Weißgardisten, die beiden Husaren, die an der Front gefangen genommen waren. Der Pöbel wurde dadurch aufgehetzt, dass man die tollsten Märchen verbreitete. Seidel erpresste durch Drohungen von den beiden Husaren Aussagen, die er sofort in Druck gab und anschlagen ließ. So war das Verbrechen vorbereitet, so wurde es ausgeführt. Am Morgen des 30. April 1919, vormittags um 10 Uhr, wurden die beiden Husaren an die Wand gestellt. Es mögen nun die beiden polizeilichen Bekanntmachungen, der offizieuse Bericht der Agentur Hoffmann, ein Bericht aus ein Jahr bayerischer Revolution im Bilde und die Anknagerede des ersten Staatsanwaltes Hoffmann folgen, die im Mordprozess gehalten wurde. Bekanntmachung 1 Die bestialische Tat vertierter Menschen, die Erschießung von Geiseln im Luitpold-Gymnasium, muss raschest ihre verdiente Schühne finden. Das Polizeipräsidium erachtet es als seine heiligste Pflicht, alle Beteiligten ihrer verdienten Strafe zuzuführen. Um den Tatbestand einwandfrei festzustellen, werden alle Personen bei Androhung der Strafe aufgefordert, zweckdienliche Angaben zu machen. Insbesondere sollen alle Soldaten namentlich gemacht werden, die unter ihrem Kommandanten im Luitpold-Gymnasium gedient haben, damit ein einheitliches Bild über diese Unmenschen geschaffen wird. Schriftliche oder mündliche Aussagen werden täglich im Polizeigebäude Eddstraße entgegengenommen, Zimmer 365, München, 3. Mai 1919, der Polizeipräsident Vollenhals. Bekanntmachung 2 Die Namen der im Luitpold-Gymnasium erschossenen Geiseln sind bis auf zwei Angehörige der Gardeschützendivision festgestellt. Es sind dies Walter Nauhaus aus München, Baron Karl von Teuchert aus Regensburg, Wilhelm von Seidlitz aus München, Walter Deicke aus München, Gräfin Heiler von Westhab aus München, Prinz Gustav Maria von Turn und Taxis aus München, Anton Daumelang aus München, Professor Berger aus München. Die Öffentlichkeit erhält sofort durch die amtliche Korrespondenz Hoffmann genauesten Bericht über die Mordtaten. Einwandfrei ist festgestellt, dass die unglücklichen Geiseln ohne jede vorausgegangene Vernehmung erschossen worden sind. Die beiden Soldaten wurden vormittags um 10 Uhr, die übrigen Geiseln nachmittags zwischen 4 und 5 Uhr im Hofe des Luitpold-Gymnasiums hingerichtet. Alle Verurteilten, auch die Gräfin Westhab, benahmen sich bis zum letzten Augenblicke tapfer und würdevoll. Sie wurden bis auf Baron von Teuchert, der dem Tode in aufrechter Haltung entgegensah, von Hinterrücks hin gemäht. Die grauenhaften Kopfverletzungen bei drei Opfern sind durch Gewehrschüsse aus nächster Nähe entstanden. Eine Verstümmelung der Hingerichteten hat nicht stattgefunden. Einzelne Beraubungen müssen erst in der Nacht erfolgt sein. Den Befehl zur Hinrichtung gab der Kommandant Fritz Seidel aus Chemnitz und sein Stellvertreter Willi Hausmann aus München. Es ist nicht festgestellt, ob die beiden auf Befehl des Oberkommandos handelten. Willi Hausmann hat sich gestern in dem Augenblicke, als er festgenommen werden sollte, in seiner Wohnung selbst gerichtet. Alle übrigen Beteiligten werden aufs Schärfste verfolgt und es wird mit allen Mitteln gearbeitet, um die Schuldigen festzuhalten und zur Aburteilung zu bringen. München, den 4. Mai 1919, Polizeipräsidium, Vollenhals. Die Namen der mit den Thule-Leuten gemordeten Männer sind Husarengefreiter Fritz Linnenbürger aus Bielefeld verheiratet, Husar Walter Hindorff aus Weißenfels an der Saale, Professor Berger aus München, Jude. Amtliche Darstellung der Korrespondenz Hoffmann In den Abendstunden des 30. April verbreitete sich in München wie ein Lauffeuer das Gerücht, dass im Luitpold-Gymnasium Geiseln erschossen worden sind und dass diese verstümmelt waren. Die Polizeidirektion, die zu dieser Zeit nach Abzucht des kommunistischen Polizeipräsidenten Mayer-Günther durch einige beherzte Beamte der Militärpolizei besetzt worden waren, nahm sofort unter Leitung des Polizeipräsidenten Vollenhals als erster die Klärung des Tatbestandes auf über die Erschießung der 10 Geiseln. Am 1. Mai früh wurden die Leichen in das Gerichtlich-Medizinische Institut gebracht und es wurden eingehende Erhebungen zur Feststellung der Leichen eingeleitet. Die Schillerstraße lag vollkommen unter dem Feuer der Spartakisten, die dort zwei schwere Maschinengewehre und ein Geschütz aufgefahren hatten und es war den Beamten nicht möglich, in das Gerichtlich-Medizinische Institut zu kommen. Der Versuch wurde mehrmals in der Nacht wiederholt und man versuchte mit den damals zur Verfügung stehenden schwachen Kräften die Zufahrtstraße zur Schillerstraße zu nehmen. Da keine Verstärkung von auswärts kam, konnte man noch nicht vorstoßen. In den Morgenstunden wurde dann die Schillerstraße frei. Sofort begannen die Agnossierungen. Mittlerweile wurde der Tatbestand durch sehr zahlreiche Zeugen protokollarisch festgestellt. Nach übereinstimmenden Aussagen spielte sich die Erschießung der Geiseln folgendermaßen ab. Untertitelung.